Und herzlich willkommen zurück bei Metal Gear Rising Revention Ich bin sorry, Sir. Unsere Geschäftszeit für den Tag haben endet. Wir freuen uns auf euren nächsten Besuch. Ey, wie verfehlt ich denn. So, wenn die Gegner kommen, mach ich den Ripper-Modus an. Komm wohl, warte mal kurz. Zack, zack, zack. Ich bin rot. Ohne Blade-Mode kann ich die killen. Die Gegner. Na, wenn der nicht hier zuschlagen würde, wäre das viel geiler, so sehen, wie man die fertig machen kann. Irgendwie... LOL. Also, so einen Fuck-Versagen hatte ich noch nie hier im Game. Gerade im Let's Play. Wie ihr gerade gesehen habt. Okay, Gegner kommt her. Ah, da kommt schon einer. Vielen Dank, ich brauch mal deine Brennstoffzelle. So, jetzt machen wir nochmal alles vernommen. Zack. Jack the Ripper-Modus. Und der Schneider-Mode an die Gegner. Zack. Und zack. So, das meinte ich. Das kann der Jack the Ripper-Modus. Und da kommen wieder die Gegner. Und das sind zwei Löwen... äh Löwen. Wölfen. Zack. Loll, ich dachte eigentlich, ach nee. Ich glaube, das... stimmt fast nicht. Warum leckst du so? Ach nee. Erstmal, die Brennstoffzelle brauch ich. Und dich mach ich normal kalt. Ich denk mal, das funktioniert jetzt bei dir. Denn jetzt läuft es wieder gut. Komm her. Genau. So wollte ich's. Beim anderen machen, aber hat irgendwie nicht funktioniert. Irgendwie hat gar nichts funktioniert. So. Schlechter Beginn vom Part. Egal. Ich verbessere's. So, erstmal hier besiegen die Gegner. So, hier gibt's wieder eine VR-Mission und Datenspeicher. B-Rank. So, ein Kacke. Ich hatte sonst hier immer S-Rang. Egal. Egal. Ich hol mir jetzt gleich den S-Rang, der mir zusteht. Äh, lol. Was war denn, dass wir noch runterfallen? So, zack. Zack, zack, zack. Und da ist der Datensprecher. So, und weiter geht's. VR-Mission hol ich mir jetzt da hinten. So, einmal das kaputt schneiden. Dann das, das. Und da hinten noch das kaputt schneiden. Und das kaputt schneiden. Sehen wir auch gleich warum. Ich rüste mich gleich auch schon mal aus. Erstmal hier den Computer. Oh ne, ich brauch mich nicht ausrüsten. Das krieg ich auch hin ohne auszuwusten. Nichts. Die Elevator erscheinen zu verabreden. Was wir ... ... sollten wir erwartet haben, ich glaube. Ich werde die Kontrollenunit accessieren. Vielleicht kannst du einen Elevator hacken und es operativ machen. Oh, eine hervorragende Idee. Von allen Dingen, ja. Hm? Es scheint, dass die Garde das Gebäude verabreden. Geidens! Geh zurück in die Hände! Findest du, wie du das Elevator operativ hast. Du kannst den UGD auch kontrollieren. Ja? Geh den Hände! Mit der Maschinen-Gun Gatling. Oh! Ach, der mit der Rakete ist erster Baller. Ist, glaube ich, sinnvoller. Oh man, die sind nervig. Okay, ich darf mich nicht so oft treffen lassen. Mit dem Raketenwerfer von dem. Und das könnte schlecht enden. So, erstmal hier die Nerven. Zack, zack. Vielen Dank. Die linken Hände brauche ich ja nicht mehr sammeln. Wir haben festgestellt, wir müssen das Spiel einmal durchspielen, damit die paar Perücken freikommen. Also freigeschaltet werden. Oh man, ey. Welcher Hund hat mich jetzt abgeschossen, ey? Von da unten, ey. Ach, ich kann. So. Wer will jetzt als nächstes droppieren? Der da. Zack, 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 zack. So, vielen Dank für die Brennstoffzelle. So. Wir haben jetzt keine Zeit für euch, Leute. Wir müssen hier die da besiegen. Und da habe ich keine Zeit für kleine Kiki. So. 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 Jetzt ein bisschen konzentrieren. Ich habe keinen Bock jetzt. Oh oh. Oh oh. Lass mich los. Braav. Ganz fein gemacht. Ganz fein gemacht. So. Ich habe keine Zeit für euch. Ganz ehrlich. Wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe überhaupt keine Zeit für euch. Und du. Danke für die Brennstoffzelle. Bräuchte ich es gerade. Bei den Gegnern. Die hinter mir sind. Oh man ey. Zack, 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 zack. Oh man. Das glaube ich nicht. Geh mir deine Kackhände von mir. Und nerv mich nicht. Komm. Greif an. Greif an. Greif an. Alter. Muss man dir alles sagen. Oder was. Genau. Greif an. Das halte ich vor. Dann kann ich mir deine. Oh. Lol. Lol. Egal. Verkackt. Verkackt. So. Wo sind die anderen? Oh man. Schon besiegt oder was. Lol. Okay. Das ist der letzte Gegner. Und dann gibt es einen S-Rang. Ich kann mir nicht vorstellen. Dass man da irgendwie einen A-Rang machen kann. Oder einen B-Rang. Schon gar nicht. Aber. Nein. Irgendwie ist alles unbestimmt. So. Besiegt. Da hilft auch seine Granatwerfer nicht mehr. Die er losgefeuert hat. Lol. Jetzt fall doch richtig hin man. Danke. So. S-Rang. Und die Munition hole ich mir. Das gibt alles Punkte. Also. KP Punkte. KP Punkte. Mhm. Vielen Dank. 300. Und noch mehr. Zack. Zack. So. Und weiter geht's. Keine Zeit zu verlieren. Ich bin mal räuchig, was hier ist angerufen. Ich bin mal räuchig. 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 Das ist das Problem. Sicherheitsgeräuern nicht mehr. Aber die Anführer und die Sekunden sind schon evakiert. Ich bin mal räuchig. So. Die einzige Option ist, die Kraft zu dem Sicherheitsgerät. Das wird nicht einfach. Es wird nicht mehr schwer. Es wird nicht weniger als drei Systeme geführt, in der einen Backup-Kabel-Supply. Du musst alle elektrischen Kontrollpanele verhindern, um sie zu verhindern. In jedem Fall. Du sollst bald auf den 20. Fluss kommen. Ja, genau. Dann schneiden wir mal ein paar Kabel durch. Die elektrischen Kontrollpanele sind wahrscheinlich in den Wäldern. Use eure erheblichen AR, um zu suchen, für irgendwelche unvergültigen Szenen in den Wäldern. Und weiter geht's. Ach, warte mal, bevor ich weiter mache. Zack. Ja, ich bin dein Boy. Weil ich dir schöne Fotos zeige. So. So, ähm. Nein, hier ist nix. Ah, doch. Einer mit der linken Hand. Die Kabel-Kabel-Kabel-Alloi, verbunden durch eine hohe Frequenz elektrische Kabel. Es sollte sich unlocken, als die Kraft hat geschlossen. Der er nicht. Den bräuchten wir, den Gegner. Also seine linke Hand, besser gesagt. Ah ne, das hilft ja nicht, wie schon gesagt. Hatte ich schon gewinnt, aber trotzdem. Ach, egal. Hatte eh nicht geklappt. Hab ich seine Hand zerhackt. Versehentlich. Versehentlich. Das war nicht meine Absicht. Aber es ging nicht anders. So, was gibt's hier? Da gibt's noch zwei Stück und dann haben wir's geschafft. Hm, bevor ich weitermache. Hier gibt's noch sehr viel. Hallo. Hol dir das. KP. So. Gegner. Gegner, Gegner, Gegner. Noch mehr Gegner. Ein Haufen mit Gegner, ey. Ach. So ein Kack. Ich will die leise töten, dann kommt ein anderer Gegner mit einer linken Hand. Merkt euch das? Wenn man hier die Gegner leise killt, kommt danach ein Gegner mit der linken Hand. Ist so ein Elite-Soldat mit einem Hammer. Und... Und... Wenn man wirklich alle linke Hände haben will, muss man das hier leise machen. Ansonsten klappt da nix. Ähm... Wenn man hier's entdeckt wird, dann kommt der nicht. Und dafür kommen zwei Dino-Roboter, sag ich mal so. Irgendwie werden die auch so bezeichnet. Also... Macht das nix, wenn ich die auch so bezeichne. Ah, das ist gut. Der Depp, der merkt mich nicht. Zack, zack, zack. Weiter geht's. Und den letzten, den holen wir uns auch leise. Na. Mach hinne. Die Zeit läuft. Die läuft und läuft. So. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's geschafft. Ganz leise. Zack, zack, zack. Vielen Dank. Genau. So, keinmal entdeckt worden, das ist gut. Das gibt eigentlich extra Punkte, würde ich sagen. Aber scheinbar passiert hier nix. Nix des Gleichen. Na gut. So, jetzt müsste hier irgendwo ein Gegner sein, habe ich schon gesagt. Ja, da hinten. Da hinten ist der. So. Hier gibt's auch noch irgendwo was mit einer graue Kiste oder blau oder was auch immer. Welche Farbe die hat. Ach. What the hell? Was war denn das, ey? Ich steh neben ihm und er merkt mich nicht. Und ich kann ihn nicht mal so richtig stylisch mit einem Ninja killen. Angreifen. Ach egal. Äh, lol. So, vielen Dank für deine linke Hand. Ah ja, da kommen die Gegner schon. Die Dinos. Aber diesmal nur einer. Denn ich wurde ja nicht entdeckt. Wenn ich entdeckt worden wäre, wäre der eine da nicht da gewesen mit der linken Hand. Aber dafür wäre der... Oh, blick. Zwei Dinos, solche Dinos wären da. Zwei Stück. Oh oh. Das wollte ich jetzt nicht. Das ist passiert. Aua. Hey, verdammt. Das macht mich traurig. Wenn ihr sowas macht. Ach recker. Das hab ich verkannt. Na gut, dann muss ich's bei dir richtig machen. Komm her, du. Komm her. Braav. Sei brav, mein Dino. Mein Dino, sei brav. Sei ganz brav zu deinem Herzen. Und geh sterben. So wie ich das finde. So. Zack, zack. Und vielen Dank. Bam. Wo kommt der jetzt her? Da ist... Ich dachte, den hätte ich gut durchgeschnitten. Egal. So. Was gibt's hier? Eine VR... Oh. Zwei VR-Missionen gibt's hier in der Etage. Das wusste ich jetzt nicht so mehr. Genau. Okay. Fünf. Das heißt, nur noch fünf VR-Missionen, dann hab ich's fertig. Lol. So. Warte mal, da hinten. Da gibt's noch einen Raum. Wo so eine Schalttafel ist. Die wir durchschneiden müssten. Wo ist der? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah, da ist er. Da ist er. Hinter dem... Hinter der Wand. Beim Regal. Jetzt, geh zurück zum Garten. Da ist wieder so ein Gegner. Den machen wir aber schneller fertig. Zack. Zack. Von hinten. Und check the Ripper-Modus, damit's schneller geht. Zack. 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 Komm. Wir sterben schon mal. Vielen Dank für die Brennstoffzelle. Bam. Und weiter geht's. Na komm. Weiter. B-Rang. So oft Jack the Ripper-Modus eingesetzt. Dann wär's A-Rang. Raiden. Shall I activate your pain inhibitors now? No. Keep them off. I need it this way. Uh... Well... As you wish. I must say, I have turned more than a few men into cyborgs. But you... Well... Your past is most... Uh... What you getting at, Doc? Most of the time you're working with first world ex-military. Grown men. Compared to the average third world child soldier, I can't really complain. Most of them. They're the sort of gorillas your typical patient gets paid to slaughter. Uh... Perhaps, but... This shouldn't be news to you, Doc. Uh... Yes, yes, but... Uh... Look. Just help me take care of those brains after I bring them back. I make my business. You make yours. Uh... Yes? Ich mach mein Ding, du machst dein Ding. Und weiter geht's. Tür aufmachen, bitte. Jetzt müssen wir rennen. Also müssen nicht. Ich kann hier auch rumschillen und die schlitzen. Aber ich bin ja nicht so grausam. Na klar bin ich grausamer. Bam, volle Energie. Das ist doch geil. So, weiter. Da gibt's doch noch irgendwas bestimmt. Bevor ich's vergesse. Ne, scheinbar nicht. Okay, weiter. Ach, der hat keine linke Hand gestartet. Außer man bringt doch eh nichts die scheiß Hände zu sammeln. Denn, wie wir es festgestellt haben, wenn ich's noch sage, geht das nicht. Man merkt, das pisst mich etwas an. Denn ich wollte Jack the Ripper Modus endlos verwenden bei dem Kampf gegen Sam. Denn das sieht geil aus. Aber egal. So, ich hab keine Zeit für euch. Ich renne mal durch. Ich denke, ihr habt Verständnis dafür. Ja, ihr habt Verständnis dafür. Wenn nicht, dann seid ihr tot. Ja, ja. Weiter. Und dann seid ihr oberen Tor vor mir, ja? Hahaha. Idiot. So, okay, weiter. Oh man. Der Dock, der ist ja witzig. Naja. So, weiter. Zack, 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 zack. Vielen Dank für die Brennstoffseile. Boom. Ja, genau. Äh, lol. Der kräft an. Hab ich sie erlaubt? Nein, hab ich dir nicht. Zack. Vielen Dank. Dafür nehme ich deine Energie, um meine wieder voll zu machen. Nächster Gegner, bitte. Zack, 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 zack. Na. Die wollen doch mich nicht verarschen hier und... Bam. Oh man, ey, das glaube ich jetzt nicht. Oh, verdammt. Jetzt hab ich keine genug Energie für den einen Gegner, der gleich noch... Ah, Moment mal, das mache ich da. Ne, zack. Wieder voll Energie. So, ich will das schnell machen, deswegen brauche ich hier voll Energie. Vielleicht kommt jemand. Mhm, den will ich direkt durchschneiden. Ohne viel Kampf. Denn mein Part ist hier gleich vorbei. Und das muss schnell gehen jetzt. Bis ich hier es geschafft habe, dauert schon 2 Minuten und 2. Naja, wenn ich jetzt schon hier bin, dann dauert es nur 2. So, zack. Zack, zack. Na, bleib stehen. Genau, zack, zack. Zack, 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 zack. Und vielen Dank für die Wucht, Afsalo. Boom. Und weiter geht's. Ähm, hier gab's doch noch was. Genau. Okay, weiter. Ja, ja, ich weiß. Bam. 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 Schlitz. Genau. Und weiter. Keine Zeit. So, weiter. Rennen, rennen, rennen. Wir haben keine Zeit, um hier rumzuschillen. Na, 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 na. Das ist ja gar nichts. Ja, ja, ich weiß, ich bin gut. So, geschafft. Zack, on, zack. Et voilà. Wir haben's geschafft. Pünktlich, genau auf die Zeit. Esra. Zweihter Weg ist ab, ja? Almost there. Ich habe gerade zu analysieren, die latest Sicherheitsdaten. Du solltest einen in-dur-Garten nach vorne finden. Ein Garten? Das klingt faszinierend. Ein japanischer Garten, um zu bezeichnen. Es ist eine Gebäude für VIP-Leute. Apparently, one of World Marschall's directors is a rather serious Japanese culture enthusiast. All right. So, what's this got to do with me? Is there something I need from the garden? Not at all. You need only pass through that area to arrive at a freight elevator. I found a route to the elevator controls through the unit we hijacked downstairs. I have located the server room as well. You can reach it via the freight elevator. Great work, Doc. Elementary, my dear Raiden. Now, head for the garden. Ja, ja, ich gehe zum Garten. Und habe einen Harten. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also, ich sage mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.